Der Ich-Saga. Ich glaube, von dem Dicken nehmen wir mal lieber die Grube-Waffe, ne? Nehmen wir mal an, das wird wohl viel flockiger. Ja, das ist mir richtig gutgehe. Ui, ein Senzenheino. Wer nennt die nur den Senzenheino? Will der unten kämpfen? Nö. Ja, möchte ich auch nicht. Bin beleidigt. Gut, weiter geht's. Ach, hier wieder die Jungs mit nem dicken Kreuz. Toi. Freuernsatz mit X. Alter. Der will mir wohl seinen Klauben einprügeln, hab ich so das gespürt. Ah. Alter. Miederstück Scheiße. Oh, das ist auch nicht besser. Nur Quecksilberkugeln. Mal gucken, vielleicht gibt's ja auf. Tür öffnen. Oh. Ging hier schon vorher auf? Hä? Äh? Äh, irgendwie zuckt mein rechtes Ei schon wieder. Määääh. Äh. Ich glaub, das ist gar nicht gut. Aber hä? Zwei, na gut. Zwei Bosse cross-antereinander. Hm. Ich hör da jemanden. Äh. Äh. Ah, das wird mir ja geil. Das ist ganz witzig. Was zum Henker? Das haben sie ja nur mit den ganzen Bossen. Hey, komm jetzt. Hör aufgeregt. Boah, wo bin ich? Wo ist er? Oi! Irgendwas zu verstecken? Nee. Oha! Salah! Das ist der Ries. Kann man auch wieder irgendwas anbissieren? Nein! Eindeutig nicht nach. Der mag das nicht. Ha! Oh! Oh! Wieso immer auf mich? Wieso immer auf den Kleinen? Nein! Da gibt es ein Stück noch eine zweite Form. Boah! Nein, 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 nein. Oho, 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 oho. Oho, oho! Wieder ein Endgegner. Prost Mahlzeit. Das ist unglaublich. Wir haben ein Glück. Ein großes, mächtiges Glück. Aber wir waren auch noch irgendwo anders. Was war denn der Zugang? Da war doch auch irgendwo eine Leiter. Ich glaube, wir versuchen das mal da lang. Weil irgendwie habe ich jetzt keinen Bock auf noch einen Endgegner. Bestimmt schafft man den aber mal irgendwie leichter. Hey! Das war ich wieder. Ding Dong! Hier ist der Weihnachtsmann. Ding Dong! Hier gerade Ding Dong! Könnten höchstens mal von den anderen Riesen... Oh mein, hier habe ich das auch keinen Bock. Gucken wir mal hier hoch. Aber da waren wir ja eben. Da geht's nur runter... Zu den... Hm, vielleicht hinten raus. Ne, geht nicht. Da eben so aus, dass wir das hinten runter gehen. Ach ne, hier haben wir alles. Gut, weiter geht's. Ah, gehen wir mal da lang. Zu weh, danke. Bist du ja auch noch hungrig? Da lang geht's. Da lang geht's. Boah, ich glaube mal ein bisschen wird Absicht weiter. Uh, kennst du die Münze. Das muss ich verehren. Aha. Hm, wie interessant. Ah. Kein Gift. Ah, das müssen wir ja zumindest sagen. Aber ich will unbedingt wieder meine Vorräte aufstatten. Oh. Reden. Ach so. still sein. Achso, okay. Ah, hier brauchen wir das Passwort. Auch mal gut zu wissen. Hey, was klopft hier doch? Oh. Alter! Ding dong! Hier ist der Weihnachtsmann. Was geht da unten ab? Ach, warte mal. Hier waren wir auch. Ach nein, hier waren wir noch nicht. Wir sind aber da unten durchgegangen. Bist du den zu scherben? Ah, sehr schön. Ich glaube, wir brauchen drei. Entschuldigung, darf ich mal dringende Geschäfte? Ich möchte hier mal gerne durch. Danke. Ja, bitte unterlassen Sie diese Anzüglichkeiten. Und bin nicht dafür gemacht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der Wischling noch, ey. Ist ja krass. Okay, da oben geht es zum Endgegner. Ah, hier ist eine Treppe. Na komm, na komm hoch. Jetzt bin ich die Leiter hochklettern. Danke. Haben wir das mal eigentlich auch schon gemacht? Oder kamen wir jetzt hier da mit den beiden Jägern? Ich weiß, irgendwo ging es zu zwei Jägern. Die haben uns ja kalt gemacht. Hm. Was ist das? Äh, wer macht das Tor mit einem Kaffee? Das heilige Sprechwort der großen Kathedrale. Okay. Weiter. Huiiii. Uiuiiii. Ah, scheiße. Wie viel hatten wir? 2000. Ah, lohnt sich nicht, da hinzugehen. Scheiße. Wo waren die beiden Jäger noch? Sind wir noch auch irgendwie über eine Leiter zu erreichen. Denkst du, ich komm jetzt drauf? Menno. Menno, Menno, Menno. Die schöne Böschöne Ladebüttchen. Oh, dann ging das noch. Die kann man aber nicht auf. Also da mit dem Sarg? Wohl nichts. Da hatten wir jetzt auch alles. Ne, warte. Ach, ich bin verwehrt. Oh, weg mit dir. Du, auf, weg. Das ist doch was, ne? Ne, Quatsch, da hinten ist der Durchgang. Ah, ich bin schon alt. Vielleicht vergesslich. Hä? Moment. Da ist die Tür auf. Ah. Oh, komm, wir sind da hin. Oh! No!